Du bist nervös, ich rieche deinen Achselschweiß bis hierhin. Hä? Du bist nervös. Was? Es läuft nicht so gut bei dir. Kennst du den Moment, wo man einfach mal die Fresse hält und sich um seinen eigenen Scheiß kümmert? Ja, er ist nervös. Weil er bei uns probiert. Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020